Die Augenringenbehandlung ist eine Herausforderung für jeden plastisch-ästhetischen Chirurgen. Wir führen hier täglich 10 bis 12 Behandlungen der Augenringe hier durch. Das macht im Monat knapp 200 Behandlungen und im Jahr über 2500 Behandlungen. Die Häufigkeit dieser Behandlungen sind auch notwendig, um Gefäßen, Nervenplexus, die die Augenringenbereiche hier durchflechten, nicht zu verletzen und zugleich auch die richtige Tiefe der Injektion hier aus dem Handgelenk oder aus den Fingern heraus genau zu zielen. Wir benutzen hierzu verschiedene Hilfsmittel, unter anderem einen sogenannten Mikropen. Das ist dafür da, damit die Injektion genau in der richtigen Dosierung auch stattfinden kann.